Grüß euch! Servus! Grüß euch! Servus! Servus, grüß euch! Gut, ich sehe schon einen Traktor nicht, der schon fällt wahrscheinlich. Sicher. Oder bei der Hauna, Mädel. Ich muss erst finden, da. Im Gras. Ok. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Ich hab nicht ein Soundproblem. Oh je. Ich hab einen Sound, also keinen Sound. Passt jetzt. Wenn ich kein Traktor-Geräusch höre, dann ist das kein LS drin, Alter. Danke. Bitte. Die Bäuerin ist kurz vorbeigekommen. Fuhren wir mit dem Barmkuchen. Barm, Alter. Ja. Sehst du fast jetzt eine Runde? Genau. Oder machen wir das einmal fertig. Aufklappen. Pickup senken. Anschalten. Und los geht's. Ich bin gespannt, was wir heute erreichen. Ja. 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 Wir haben ja noch mal die Runde. Ja. 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 du mich dann? Überholen kann ich dich ja nicht. Wieso? Weil wir eine Runde fahren. Ich ja immer weiter nach innen kommen. Du kannst mich überholen. So meine ich das. So meine ich sagen. Aber das wäre gar nicht so schlecht. Gut fix sogar, weil ich muss ja auch abladen fahren. Das ist aber gar nicht so schlecht, wenn ich auch auf die Idee gekommen. Weil wenn wir erstmal alles gemäht haben und dann eigentlich nur einsammeln müssten und wir dann schon eine Presse haben, kann einer pressen und einer sammeln. Stimmt. Da fährt man jetzt schon mit 13% kaum da hoch. Das ändert sich dann auch nicht mehr so viel dann. Kann ich da auch schon sagen. Hoppala. Also ich glaube für den Traktor glaube ich wäre eine PS Erhöhung von Vorteil, der das dort zieht. Weiß ich halt nicht, ob sich das lohnt, weißt du man? Nur wegen dem Berg hoch. Naja, haben wir nicht gesagt, dass die hat ja nicht mehr PS die Maschine. Aber da haben gesagt, wir testen, wenn es auch so zieht, dann fahren wir uns 5000. Mhm. Stimmt. Aber wie schnell fährt? Ich glaube man fährt ja so 10, 12 fährt man, wenn man jetzt nicht den Berg hoch fährt. Ja, also ich fahr jetzt 11. Ja und ich fahr ja konstant 8. Berg hoch 6. Ja ok, ich bin jetzt fast stehen bleiben. Das ist halt wirklich immer nur das kleine Stück da den Berg hoch. Ja, das stimmt. Das stimmt. Weil ich da sogar überlegen bin, ob wir den Berg da nicht so gerne auslassen. Weil die halbe Fläche am Berg ist ja dann eh mit Fels und Wald. Da habe ich jetzt nicht reingemäht, dass ich es gesehen. Ja. Weil da so viele kahle Flecken sind. Ich möchte ja nicht gleich was so gerade runterfahren, wo der Berg anfängt. Mhm. Aber wenn wir das dann in der Mitte alles weg haben, dann können wir eh das da oben. Soll ich auch allein machen. Das wird sicher teuer, wenn wir den Felsen wegmachen würden. Kannst du gar nicht wegmachen, glaube ich, oder? Aber den gerade? Mit Landschaftsbau? Ich glaube einen fixen Felsen kannst du nicht wegmachen. Ah ok, ich dachte mit Landschaftsbau geht's. Ich glaube nicht. Ah, da hinten sehe ich dich. Ich habe bald eine Runde. Ich bin jetzt ganz unten, wo's Tippi gemacht. Wieder. Also querfällt rüber, wo's dann wieder rauf geht zu uns. Aber ich glaube, es geht sich eine ganze Runde nicht aus mit dem Wagen. Von der Lade menge her. Na, glaube ich auch nicht. Ich fahr das weg. Wenn das Felsen anfängt, fahr ich runter. Mhm. Das Feld ist dann sowas, weil ich für ein Arsch finde ich, wenn da da Felsen drin ist. Fürs Anbauen auch, weil da das... Ja gut, da kannst du ja rundherum machen. Aber es ist viel Verluste eigentlich. Ja gut, das hast du dann auf anderen Stellen auch. Wenn was anders war, wenn eine Straße durch war oder so. Ja, aber gut, die konntest du dir mit dem Gruber und so richten. Straße? Straße war fix betoniert. Ach so. Auch nicht? Okay. Eine fix betonierte Straße? Ach so, fix betonierte. Gut, die hast du ja da nicht. Eben, du sag ja. Das hast du zum Beispiel ja da schon nicht auf der ganzen Karte. Das ist ja an sich schon mehr Fläche. Da war schon die Fläche aus, wo du reingefahren bist. Geht die nicht bis ganz runter? Oder hast du die noch nicht so gefahren? Ganz was. Weil da ist ein ordentlicher Grasstreifen ja auch. Weißt du, in der Mitte, wo dieser runde braune Fleck ist? Ja. Konnte man dann nicht bis ganz runter fahren? Bin eh rund um den braune Fleck gefahren. Ja schon. Wann runter? Du bist nicht bis ganz runter zu dieser Straße. Das verstehe ich jetzt nicht. Oder hat man keinen Zugang zu dem Feld weiter runter? Bis ganz runter. Ah nein, hat man nicht. Sehe ich gerade im Feld. Fast eine Runde geht sich aus. Fast eine Runde geht sich aus. Aber wenn ein Verkaufspreis da ist, wieder der Nachteil, dass man nur eine Verkaufsstelle hat. Weil da ist die leicht übersättigt. Ja. 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 Da ist'n da. Noch 14 mal fahren. Ich bin gespannt, wenn wir Gras nachwachsen. Weil ich glaube, dass wir das vorher abgegrast haben, bevor da was nachgewachsen ist. Könnte natürlich sein. Aber es ist doch immer irrsinnig schnell gegangen eigentlich auf den anderen Karten. Natürlich gesagt, man konnte zweimal, wenn sowas angebaut war. Ja. Ja. Du hast sechs Monate. Man konnte das einmal im Jahr ernten. Also so alle zehn Monate. Fast alle fünf Monate wechselt das krass quasi. Ich bilde mir an, dass ich fix zweimal konnte. Ja, aber dann weiß ich doch nicht, dass September. Dass wir haben jetzt erst das zweite Monat. Ja. 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 Ich fahre am 20er runter. Ich geb das 1981. Also der nächste, der? Ja. 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 Es ist auch einfacher zum Fahren mit dem Mehberg, wenn man nur in eine Richtung fährt. Das ist wurscht, ich fahre konstant 8 kmh, die ganze Zeit schon. Da würde ich jetzt auf einmal mit einem 20er dahin. Das ist ein Stück im Berg, da fahre ich dann 7 und dann 6. Was? Ich schaff sogar jetzt 7 rauf. Na gut, dann überholst du mich auf Dauer eh wieder. Wenn du jetzt ganze 20 fährst. Jetzt fahre ich nur 11 wieder. Und ich bin jetzt auch nicht ganz rauf gefahren noch, also das kann ich dann auch einmal machen. Jetzt fahre ich den ganzen Berg rauf. Bei den Felsen ist er. Ich bin gerade beim Schlammloch. Kommission. 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 ja ich will nicht trotzdem immer abladen fahren soll wenn ich gerade da bin würdest du das zurückfahren sparen würdest du das zurückfahren halt immer sparen genau deshalb nicht immer ganz voll aber wenn mit der rade ist zu glänzen macht das eh keinen sinn aber gut wenn sich dann fast zwei runden ausgehen dann so ist dann Vielen Dank. Das ist doch ein richtig weiter Weg, muss man sagen. Jupp, das stimmt. 35.000 ohne Upgrade, haben wir gesagt, ja? Ich glaube, ja. Ich meine, theoretisch, wenn einer fertig ist und nichts zu tun hat, kann man ja auch diese Feldarbeiten machen. Oder haben wir gesagt, die machen wir auch nicht? Was ist denn für die anderen? Es gibt ja keine anderen Felder, was willst du da machen? Es gibt aber trotzdem Hilfsarbeiten, glaube ich. Echt? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Da habe ich mich so täuscht. Dann wäre es nicht so sinnvoll. Nein. Gibt es keine. Sorry. 8 Meter gibt es. Dann wäre es sogar sinnvoll gewesen, habe ich gesagt, wenn wir das erst dann machen, bevor wir uns da alles abgrasen. Und dann könnten wir Silaschball machen und haben kein Gras mehr. Das hilft euch nämlich eh auch. Ich auch. Gut, notfalls müssen wir dann wirklich das Feld verkaufen und Neues nehmen. Was halt auf Dauer auch dumm ist. Ja eben. Weil dann haben wir wieder ein anderes. Unsere einen anderen Plan überlegen. Na gut, dann könnten wir ja Silasch machen beim nächsten Feld. Weil dann wird es ja vielleicht für die Einnahmen beim nächsten Feld reichen, dass wir was anderes anbauen können auf die Felder. Auch auf dem Feld. Ja, möglich. Dann schauen. Was dann ausgeht. Dann wird meine dritte Runde gleich absolviert. Danke. Ich komme dir näher. Ja. Ich kann ab dem Zeitpunkt, wo ich den Berg bergab fahre, dort beim Stein, kann ich einen 20er ziehen. Ja, ich fahre durchgängig 8. Ich fahre durch. Ich fahre durch. Ich fahre durch, dass ich das hier auf der Karte mache. Also beim letzten Stück, bevor ich die Kurve mache darauf. Bevor wir uns die Preise noch so kaufen, könnten wir natürlich auch schauen, was so ein Mini-Kruber kosten würde, oder eine Mini-Seemaschine, wenn das nicht die Welt kostet. Silage wird halt auch auf meiner Tagesordnung stehen, das nur mal machen. Aber das könnte ich dann auch am eigenen Hof machen. Was für Silage? Mit Ballen. Ja gut, das machen wir sowieso, aber wenn wir kein Gras haben, können wir Silage machen. Da ist die Frage, ob wir so viel Geld haben, dass wir so das Feld bewirtschaften, weißt du? Na ja, können wir es nicht in diese Ballenmaschine stecken, sondern in einen Gruber? Wollte sich das ja ausgehen. Wir hätten halt richtiges Gras gleich dazu. Ach so, du meinst, dass wir mal richtiges Gras anbauen? Ja ja, war ja. War ja, Gruber, Gras anbauen, aber halt richtiges. Was soll ich, dachte du, du bist auf Feld gehen gleich auf irgendeine... weil dann kann man das kann man sich nicht leisten mit risch und so dann auch noch denke ich mal das wäre natürlich ein plan dann aber es würde ich nicht auf den feld machen wenn wir so viel auslassen ja gut dann können wir ja alles mitnehmen bis auf den felsen stimmt nächsten graden schaue ich mal was also werden überhaupt machbar wäre ich gehe auch gleich abladen ich erkenne halt nicht ob das gewachsen ist oder ob überhaupt was gewachsen ist aber das sieht man eh bei den einstellungen oder welche stufe oder nicht ja schon aber das ist ja kein richtiges gras also glaube ich sieht das nicht so was soll man das ist halt so eine blumenwiese war so eine ohne dem gelände tool halt gemacht ich meine die stoppen bleiben halt stehen das was dann eben nicht nach wächst die stoppen stehen bleiben nicht so ganz weg ist also wir haben gesagt ein kuba günstigste ist 12.000 hat eine weite von zweieinhalb meter mit 90 ps der nächste um 15.000 hat eine spannwerte von drei meter braucht aber schon 140 ps ist heftig also das haben wir lange gesagt c technik woher meinst ich weiß also ob es dann überhaupt Es gibt eine Mod-Maschine, um 17.000, die hat jetzt 185 PS, also das ist es. Ah, das darf doch sicher nicht. 100, 110 würde ich vielleicht noch zutrauen, aber alles drüber. 25. Hat auch schon Risiko dann. Er ist die niedrigste. Echt? Es gibt keine unter 100? Oder nur 100? Sehtechnik nicht. Was? Einzelformen. Gut, Einzelformen kann, glaube ich, kein Gras anbauen. Nein. Alter, da gibt es ja nur 20 PS. Nein, also ich glaube, da brauchen wir dann einen stärkeren Traktor. Dann ist der Plan sowieso schon hinüber. Oder kann. Ich weiß jetzt nicht, wie es jemand den aufmoden kann. Den auf 62 PS. Wenn wir eine Motorausführung genommen haben. Nein, wir haben keine genommen. Wie viel hat er dann steht? 52 PS. 52 PS. Nächste Stufe ist 55 PS. Dann 62 PS. Und 5.000 hat er dann 82 PS. Das hat sich dann erledigt, weil dann müssen wir eigentlich zuerst auf einen Traktor sparen. Okay. Das hat sich erledigt, der Plan. Dann fix nicht aus. Es ging ja dann halt nur... Naja, die kosten ja nicht direkt, die Traktoren. Wenn man beide wieder verkauft, ist es dann auch falsch. Also ja. Das heißt, wir müssen dann eigentlich feldspringen. Notfalls. Notfall, das ist... Feldsprung, ja. Und dass wir das dann beim nächsten Feld vielleicht machen können, wenn wir dann schon mehr verdient haben. Dass wir das dann selber anbauen. Ich weiß halt nicht, ob es dann nicht sogar besser wäre, dass wir uns dann die 56 nehmen. Den abholzen komplett. Da hätten wir dann Geld. Warum dann wieder das 55er zurückkaufen? Also was wir eigentlich hatten. Dann anbauen. Sollte es wirklich nicht nachwachsen. Wenn es nachwächst dann ja, dann ist eh logisch dann. Gut, aber dann könnten wir uns ja gleich ein Feld kaufen, dass das noch Gras drauf hat. Wenn wir schon eins kaufen müssen wieder. Ja, aber wenn es gewachsen ist, hat es ja wieder Gras. Ja, wenn es gewachsen ist, ja. Ja, wenn es nicht gewachsen ist, kaufen wir uns logischerweise nicht. Warte noch mit der Kurve, bitte. Danke. Okay. Aber wenn ich elf bin, glaube ich nicht einmal, dass sich das fällt ausgeht. Was meinst du? Mit dem Geld. Ja. Ja. Wir verdienen einfach mit dem Gras nichts. Ja, weil es zu wenig Gras ist. Ja. Ja. Das ist die Challenge. Ja, das ist die Challenge. Aber wie gesagt, ich hoffe, dass es sich ausgeht. Wenn wir dann in den Nachhinein drauf kommen planen adaptieren müssen, dann ist es halt so. Meine Challenge bleibt gleich, dass wir das ehrlich machen wollen. Ja. Aber wenn es halt nicht anders geht, dass wir Feld verkaufen und kaufen müssen, dann müssen wir das halt so machen. Dann haben wir klären, sollten wir es noch einmal machen. Bitte? Dann haben wir klären, sollten wir das irgendwann noch einmal machen. Ja. Ja. Genau. Woah. Ja, Holz, wenn nicht Sand uns überbleibt, ja, müssen wir das so machen mit dem Holz. Weil da steht halt wirklich viel, weißt du, Holz, da könnten wir wirklich viel rausholen, dass wir uns dann die Geräte kaufen könnten. Da würde ich dann halt trotzdem vorschlagen, dass wir dann, ob wir dann, wenn ich vielleicht ein, äh, trotzdem ein, auf, zum Aufladen was nehmen, kaufen. Dass wir nicht die mit jedem einzelnen Baum, aber das ist halt wieder, ich weiß nicht, was da der billigste ist, aber... Wenn bräuchtest du ja einen größeren Anhänger dann, sonst musst du die Stämme wieder klein schneiden, dass du sie aufladen kannst. Ja. 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 Ich schau eh schon immer, was kommt. Ja gut, es kommt immer nur einmal am Tag. Forst ist es neu. Forsttechnik. Ein Wender ist im Angebot, eine Scheibenegge. Gut, das war eh schon. Ja. Ich gehe noch ein paar Runden, also. Ja, aber ich glaube nicht, dass wir so viel verdienen. Ich glaube auch nicht. Wahrscheinlich wird sich die Presse ausgehen. Aber mehr glaube ich. Jetzt bin ich ganz voll. Außen ein bisschen was geben. Ich weiß gar nicht, wo der Preis jetzt gerade ist. Ah, ist mehr warm. Das letzte war 2009, glaube ich. Das ist noch mal ... ... bis 12 gerade. ... ... Das ist das Geheule. Ich glaube, das ist nie gleichzeitig. Das ist das Geheule. Die Baumstoppeln sind teilweise echt brutal. Ja. Das ist das Geheule. Das ist das Geheule. Aber wie hart muss diese 0 Euro Challenge sein, wenn das jeder machen würde? Ich glaube, dann hätte ich einen ganz anderen Plan. Dann würde ich wahrscheinlich am Anfang nur auf Boss gehen, weil das solotechnisch das einfachste ist. Ich glaube, da würde ich mit Gras gar nicht so beginnen. Das ist das Geheule. 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 Oh, bitte zum gebrauchten Händler. Also wir haben schon ein bissl... Eigentlich, die glauben uns das irgendwann, glaube ich, gar nicht an. Ja. Jetzt haben wir zwei Traktoren und eine Presse dann gebraucht und gekauft. Ich glaube, dann weiß ich schon, was ich machen werde. Ja. Wie viel haben wir gesagt kostet? 6.000, also einen Ladewagen noch. Oder ein bissl mehr sogar. Ja, und dann... Wirklich. Wie viel PS? Das müssen wir probieren, ob es geht. Aber kaufen würde ich es trotzdem mal. Ja, ja. Müssen wir da weitermachen und für das Upgrade auch die 60 PS sparen. Genau. Ich glaube, die 280 würde ich dann gleich gehen. Okay, das sind 5.000. Ja. Aber sag ja, wenn das ziehen könnte, weißt du, okay, wenn es sich ein bissl hoch, den Berghoch ein bisschen schwer tut, dann würde ich die 5.000 gleich sparen. Mhm. Dann fehlen uns eigentlich noch mehr 12.000 auf den... Ah, eh schon wissen. Ja. Wir sind Wickler. Wir haben viel Geld mehr. Oh! Da hat man die Hauna Mehl alles, alles abbucht. Okay. Ja. Meine blöde Frage, brauchen wir dann den Ladewagen noch? Derweil? Mein... Verkaufen würde ich ihn nicht. Kostet... Da kriegt man 2.400 raus. Ah... Da... Ich würde ihn stehen lassen. Mal. Ich meine, ja, eigentlich... Eigentlich jetzt, wenn wir eine Presse haben, brauchen wir nicht. Ja, dann könnte ich immer marken und da hätte man schnell, äh... Soh-Kohle oder eben für einen Traktor zum PS hochpushen. Wie du meinst, wenn du sagst aufheben, dann aufheben. Aber... Wenn es nur umeinander steht, ist das totes Kapital. Werden verkaufen. Na gut, ich geh geschwind gute Nacht sagen. Ja. Dann komm gleich. Dann werden Ballen gepresst. So, wir schauen auch...